Ja, meine Freunde, MoskelTV am Start! Sascha Huber hat vielleicht den Rekord fürs Klimmzug-Ding machen da gebrochen, keine Ahnung, ich hab's nicht gesehen. Aber wir brechen heute den Rekord für die geilste Fortnite-Runde ever, meine Freunde. Rein geht's, Alter. Bam! Hey, guys, what's going on, man? Ja, die haben den Mikrofon aus. Und wieder raus. Zack, Match verlassen. Hallo. Die haben's auch aus, oder? Hallo, 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 hallo. Ah, jetzt. Hey, Bro, was geht's? Hallo. Hallo. Hi. Hi, na, wie geht's dir? Hallo. Oder was geht denn da bei dir im Hintergrund, Alter? Ordentlich Party, oder was? Ja. Nice, Mann, feier ich. Hab jemand gelosgut? Boah, gut gemacht, Mann. Ich bin stolz auf dich. Hab einen. Wow. Süß. Ich wurde geläht, sagt. Einer down? Einer down? Down, down, down. Wo ist der? So? Da, bisschen. Down. Und, in welche Klasse gehst du so? Ich bin in der vierten. In der dritten? In der vierten. Vierzehn. Vierzehn. Ah. Und was macht ihr gerade so in Biologie? Wir machen mal Lippen. Also, wir machen Mathe und Deutsch. Was macht ihr in Mathe gerade? Wir haben, ähm, geteilt, also 500 mal 50 und so. Oh, Junge. Und, bist du gut in der Schule oder eher so im Mittel? Ja. Schreibst du viele Einsen? Ja. Ui, das ist gut. Bleibt da auf jeden Fall dran. Schulbildung ist wichtig. Boah, Scheiße. Er hat mich erwischt. Ah. Diese Schmerzen. Tschüss. Tschüss. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Mach nicht mehr so lange. Hey, Leute. Was geht, Mann? Alles cool oder was? Digga, ist das Kuchen, die Frau? Digga, hoffentlich bist du keine Frau, Mann. Hey, ein bisschen Tüfen. Nein. Ein bisschen Tüfen. Nein, bin ich auch nicht. Alles gut. Ich bin Faker. Nein, warte mal. Digga, wer guckt denn der SpongeBob auf Englisch, Digga? Heftig, Alter. I'm a real American man, dude. Nice. Nein, bist du der Echte? Digga, ich bin Realtalk zu 100% der Echte, Mann. Wie ApoRed. Nur Echter. Okay, dann sag mal deinen Namen. Ähm, Martin? Martin, Digga. Hey, was denn? Wie Name? Mein Ingame-Name. Ach, deinen? Ja, Bruder. Ähm, FC juckt mich nicht. Wala, das ist der Kuchen-Depot. Oh, Junge, Wala, was geht? Ey, Kuchen. Ey. Ey, Frontflieger. Ey, warum fliegst du Front, Bruder? Das gehört sich nicht. Bruder, das war einmal, aber das, äh, war mit deiner Mann wirklich ein Ausrutsche. Alles gut. ABK Army, ABK. Nein, nicht sterben. Nein, 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 nein. Hä, fliegst du gerade? Schwierst du gerade? Hä, nein. Digga, ich bin nicht mal der Echte. Bist du dumm? Ah, Junge, du wirklich... Ja. Okay, du hast mich erwischt, Digga. Ich dachte, du bist jetzt der Echte. Ja, ja, alles gut. Okay, ich wurde halt wieder... Du bist nicht der Echte. Nein, ich bin nicht der Echte, Digga. Ich hab mir... Ich hab mir den Namen mal gemacht, als Kuchen-Depot noch cool war, aber dann hast du ja, wie schon gesagt, hat er seine Freundin geschlagen, da war ich dann raus. Aber man kann den Namen nicht ändern. Herbert, du hörst mich an, aber du hörst mich an, wie Kuchen-Depot. Ja, Digga, es ist ein Stimmverzerrer. Warte mal, nein, ich glaub, ich faszin muss. Schau mal, ob das Film ist. Ja, okay, sag Bescheid, ob du jemanden im Stream siehst, dann siehst du ja, ob ich live bin oder nicht. Warte mal, der ist live. Nein. Nein, echt? Ich bin Fortnite, warte mal. Hä, aber hieß du ihn im Stream? Da ist doch gar keiner. Du, das ist echt Kuchen-Depot. Nein, warte mal, du. Fuck, Digga. Das ist echt Kuchen-Depot. Ja, nice, Bruder. Ach so. Ah, das ist ein Gegner, was ist das denn? Ja, und willst du mich jetzt gar nicht mehr weiter beleidigen oder wie sieht das aus? Nö, ich hab dich schon beleidigt, alles gut. Na, mach doch weiter, das hast du auch die ganze Zeit gemacht, alles gut, Mann. Nö, alles gut. Doch, mach ruhig, Digga. Nö, nö. Ja, aber du hast es auch die ganze Zeit gemacht, wieso traust du dich denn jetzt nicht mehr? So, wen haben wir heute hier? Sto Gaming, Throm, äh, keine Ahnung, er spricht Surrender. If you don't talk to me, I leave. Gut, dann bin ich raus. Ganz einfach, Digga. Dann lass ich gar nicht mit mir reden. Alles gut bei euch? Ach, der Scheiße. Alles nice, oder was? Hat der Bock jetzt einen epischen? Ja, ja, ja. Nice, Mann. Nachher noch einen ordentlichen Spliff gönnen, oder was? Guck mal. Und, was geht so? Es läuft. Ah, naja, in meinem Platz 22 besser als sonst. Hey, Lachflashgirl. Alles gut bei dir? Hallo. Na? Alles gut? Ja. Ja. Nice. Was machen so zwei hübsche Frauen hier, allein in Fortnite? Erst, ich bin kein Mädchen, ich bin ein Junge. Achso. Ich hab die Barson. Ich glaub, er versucht grad zu flirten. Denk ich mir auch gerade. Achso, warte, wie alt seid ihr denn eigentlich? Zwölf. Dreizehn. Ja. Wett, der ist so 15 oder 16. Genau, ich bin 16, alles gut. Aber das ist mir leider auch schon zu jung, also deswegen alles gut, Digga. Alles easy, kein Problem. Was geht so bei euch? Ja, gut. Was geht bei euch gut? Das geht dir gar nichts ab. Deine Stimme klingt wie so ein Tick von einem TikToker. Was geht morgen bei euch so, Digga, Schule, ne? Na, echt? Ah, du, du kleiner, der hat locker gestüßen, Digga, so wie ich den da gefühlt. Junge. Bei der Mutter hat Corona. Ah, meine Güte, aber ich mein kein Krebs, ne? Sag ich immer. Ja, das ist besser. Und, äh, wo wohnt ihr? Regel Nummer 1, niemals sagen, wo ihr wohnt. Ich weiß, aber ich sag nicht. Und, äh, ihr seid ein Paar, oder wie, wie, was bei euch so? Achso, weil ich finde, ihr passt gut zusammen, so weiß ich nicht. Vielleicht eddet ihr euch mal oder so. Nein, danke. Ich hab genug andere Freunde. Na komm, so auf Ehre, ich geb euch einen Urlaub aus und dann macht er das. Dann schnitt ihr ein bisschen. Achso, ja, wenn du Urlaub ausgibst, dann... Ja, Urlaub, aber wohin, das ist die Frage. Äh, in die, in die Heimatstadt von Josef Ritze, vielleicht hab ich mir überlegt. Also nach Spanien könntest du sprechen. Ja, Spanisch ist schon... Spanien ist schon besser. Da kann ich besser reden, als das, wo liegen und ohne Englisch so kaum am Englisch zu reden. Dann rede ich lieber Spanisch. Ja, könnt ihr denn Spanisch? Dann haut mal raus. Ich, ja. Na, dann mach mal jetzt. Ich lerne es. El Pasol Baguette und so, ne, halt, ne? Ja. Weißt du, was Hund bedeutet? Hund? Ja, auf Spanisch. Ja, das ist so ein Tier. Das läuft so auf vier Pfoten und so. Ja, aber was das auf Spanisch bedeutet. Na, ich spreche leider nur Angelsächse. Tut mir leid. Achso, kein Problem. Aber bezahlst du dann die Reise für Spanisch? Ja, ich weiß nicht. Man, ihr seid halt erst zwölf und ihr dürft gar nicht alleine fahren. Okay, wie sieht es aus mit Sport? Wir waren gerade beim Sportthema. Wisst ihr eigentlich, wie gesund Sport ist? Ich bin so der Typ, was nur Salat ist, besser gesagt. Ich bin so der Gesunde. Und Lachflashgirl12, gefällt dir das, dass er gesund lebt? Ist das cool? Ich verkuppel die noch, Digga, ich sag's euch. Wieso redet sie jetzt nicht mehr? Alter, ist das der echte Anti-Blauschlumpf? Da. Digga, ich feier dich, Mann. Bist du der echte Kuchen-TV? Ne, leider nicht. Ja, schade. Aber ich feier den auch nicht so, also eigentlich nicht schade. Ne, der steht da irgendwie Frauen oder so, glaube ich, ne? Ne, hat er, glaube ich, nicht. Achso, ja gut, aber er ist trotzdem komisch. Ja. Ja. Magst du LBK? Ähm, ja, ist schon eine korrekte Socke auf jeden Fall, so, ne? Ah, also du kennst den? Kennst du den auch privat, oder? Weil so YouTuber kennen sich ja privat. Äh, ja, ich kenn den privat. Wir chillen einmal die Woche. Ich auch, äh, ne, ja, ich komme, ich komme. Kuchen-TV, bist du eigentlich besser in Fortnite, wenn du gegen weibliche Stins spielst? Weil, dann triffst du mehr, oder? Bruder, ich treffe generell alles. Mach gerne Kampshots und so. Wait, was für ne Note habt ihr in Mathe? Zwei. Eins. Uh, also eins zu null schon mal für den anderen. Gucken, wenn ich jetzt irgendwie ganz komische Sachen sage, komme ich dann in einer Compilation von, ähm, kein Konzept drin vor? Äh, ne, aber ein Video auf meinem Gameplay-Kanal, wo drei Leute zu gucken. Ja, komm, eine Runde geht noch. Kann ich einen Witz erzählen? Okay, aber der muss lustig sein, sonst kicken wir dich. Was trinken Chefs? Keine Ahnung. Warum muss ich denn da mitmachen? Leitungswasser. Na, wegen Leitung. Ey, ich check hier gar nichts, ich schwöre, Mann. Keine Ahnung. Hä? Ja, muss doch auch. Wieso bin ich der Hauptschwitz? Ach, da ist noch einer. Mann, es ist auch so dunkel. Ja, aber es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht mit euch. Ja. Folgt mir auf Twitch.